Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Wolf, Leute. Heute mit dabei sind Trinan, Gambo, Riany, Topps, Easy, Lukas, Floh und natürlich auch ich. Wer hätte es gedacht? Lasst jetzt auf jeden Fall jetzt schon mal ein kostenloses Abo und ein Like da für mehr Minecraft Wolf Content und let's go. Leute, ich bin Wolf geworden. Let's go, let's go, let's go. Warte, was bin ich noch? Jodler, oder was? Wie ist es hier denn? Na! Lol, ich kann einfach jodeln hier. Guckt, oder was ist das? Na! Ja, wie geil. Warte, und ich bin noch was. Robin Hood, du bist ein Master mit Pfeil und Bogen. Okay, keine Ahnung, was das heißt. Dann würde ich sagen, looten wir erstmal. Ich habe die anderen direkt schon verloren, weil ich meine Rollen mit durchleihen wollte. Oh Gott, komm ich hier drunter her? Sie sind auf jeden Fall in die Richtung hier gerannt. Irgendwo hier müssen die sein. Da hinten sind die doch schon. Ach so, kackul, guck mal. Das ist ja so krass. Schau, was ich dir an habe. Ich habe den Colt, Mann. Ey! Alter, das ist krass. Das ist so P auf der Welt. Ey, mach das weg, mach das weg, mach das weg. Ah, Gambo. Oh, nee, easy. Gambo, hast du das bekommen. Mach das weg. Ich brauche mehr Loot. Wo haben wir Loot? Oh mein Gott, Alter, wir hätten jetzt schon eine Waffe, Mann. Ey, ich glaube, ich war noch nie Wolf. Vielleicht einmal bis jetzt oder so. Und das ist dann schon super lange her. Ich höre vielleicht noch nicht Wolf. Ich höre vielleicht noch nicht. Ich höre vielleicht noch nicht. Moin. Ja, seht ihr das? Seht ihr das? Ja, 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 ja. Berück dich, ich habe nichts gemacht, Mann. Ich habe die letzte Runde gar nicht getötet. Sicher? Ja. Sicher? Du hast gar keine getötet in letzter Runde. Ja, ganz sicher. Ja, ich wurde die ganze Zeit getötet. Tops, darf ich was testen? Nein. Hast du volles Leben? Ja. Hör auf, auszweichen. Ich will es glauben, du bist ein PvP-Profi. Komm, zeig auf. Okay, halbes Leben. Hab das gezogen, nur? Ja, das hat nur halbes Leben. Schon viel. Ja, aber ich habe Robin Hood. Da steht, ich bin Meister mit Pfeil und Bogen. Aber ich mache ja gar keinen damit schon. Ja, Robin Hood steht vor den Reichen und gibt den Arm. Und ich bin arm, deswegen machst du mir wenig Schaden, weißt du? Achso, Jan, hier schenke ich dir einen Pfeil, weil du arm bist. Oh, danke. Das ist sehr freundlich. Oh my. Ist das gehört? Wo? Was geht ab? Was war das? Warum bist du rot? Ich bin rot? Das ist Partikel, Rose. Du hast aber auch rote Partikel. Ich habe auch rote Partikel. Tops hat bei mir auch rote Partikel. Nein, nein, sie sind umstellt. Tops wiederbelebt. Halt! Umstellt von Wald. Ihr seid umstellt von Regenbogen schaffen. Was? Yo, die explodieren. Warum greifst du uns an? Das will ich nicht, dass du die Regenbogen schaffe. Kann man die töten? Achso, ja, dann. Oh nein. Alter, die machen sogar Geräusche. Machen die Kielschaden? Nee, halbes Herz. Ja, bei mir hat es gerade wirklich vier Herzen weggehauen. Alter. Aber ich habe auch keine Rüstung an. Ich brauche auch irgendwie Rüstung. Rüstung. Lass mal Equip suchen hier. Ich habe nix. Oh. Gambo, Alter. Eiskalt bist du? Ich habe nicht mal... Weil ich musste erst mal eine Waffe oder so. Wir sehen uns später. Leute, ich muss mal den Wolf-Shop und so auch angucken. Ich war noch nie Wolf. Wo ist der denn? Ach, da unten sind die Sachen. Wolfskostüm. Was kostet so ein Schafspelz oder so, falls ich einen Scanner muss? 40 Emeralds. Das ist natürlich super teuer. Vielleicht tue ich mir erst mal einfach so eine Pistole. Da kann ich wie Gambo ein paar Leute kurz wegschießen. Weil ich will auch gern irgendwen umlegen. Ich weiß noch nicht. Ich habe einfach gerade uns fast verraten, weil ich meinte, er hat rote Partikel. Ich habe das gar nicht gecheckt. Ich dachte, der hat irgendeine Rolle oder so. Also halt nicht Wolf, sondern irgendeine Rolle, die ihm Regeneration oder sowas gibt. Ich habe das einfach gar nicht verstanden, bis ich dann irgendwie danach meinte... Oh, wobei, hier pölt sich ja hin. Moin. 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 Ähm, könnt ihr mich bitte nicht töten? Töten? Wo war das denn? Oh, und das gibt's hier? Echt? Ja, ja. Oh, Tops hat's gesehen. Oh, die auch. Die haben's beide gesehen. Ja, ja, ja. Müsst ihr jetzt weglauen? Wo ist das? Das habe ich von hier nicht. Ich bin aufgeflogen. Ich bin aufgeflogen. Ist zu beleid. Riegen wir schon hin. Ja, ja. Zwei Aussage gegen Aussage. Die haben eine Enderfrenze geworfen. Mach mal. Ja, die erkam nicht an, glaube ich. Ich glaube, die haben uns nicht hinbekommen. Einer ist runtergefallen. Nein, nein, so. Oh, wow. Was? Kamu, du kannst doch nicht einfach auf die Ecke schießen. Kannst du nicht auf alle schießen, während die da stehen zu viert? Joko, wir hatten gerade noch Aussage gegen Aussage. Wir hätten sagen können, das stimmt nicht. Nein, wir haben drei Leute von denen umgebracht. Zwei gegen zwei wären auch okay gewesen. Aber wir haben drei Leute umgebracht. Alle drei, was weiß los? Wollen wir nichts machen? Nein! 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 Tops will mich töten! Tops will mich töten! Alter, hält es zu viel aus. Hilfe! 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 Ganz schnell weg! Oh mein Gott! Ganz schnell weg! Gehen ganz schnell weg hier! Alter, da hat er viel ausgehalten! Okay, Leute! Ich habe auch Wolfen... Nein, 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 ich bin neben Flo gespawnt. Die wissen alle, dass ich Wolfen bin. Ich muss weg hier! Alter, dieses Death Swap Event. Ich muss ganz schnell mich irgendwo saven. Da ist easy, die habe ich aber noch nicht gesehen. Okay, 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 okay. Ich brauche einen Lebensretter. 35 Emeralds. Warte, die muss ich jetzt schnell irgendwie kriegen. Ey, das ist ja jetzt richtig heikel. Wir sind einfach schon aufgeflogen. So, was kostet das hier? Immunisierer? Warte, hier ist jemand. Hat mir gerade eine Kiste gehört, oder nicht? Hier, Lebensretter ist gut. Ich brauche mehr Loot. Ich brauche auch eine viel bessere Waffe. Ich brauche eigentlich die hier. Aber die kostet 30 Rubine. So, wie soll ich das denn zusammenkriegen, Leute? Das ist ultraschwierig jetzt, glaube ich. Hier sind Emeralds. Ich habe nicht mal gute Rüstungen. Acht Rubine habe ich jetzt. 12, äh, 22 fehlen dann noch. Und ich kann mich eigentlich nirgends wo blicken lassen. Warte, was kostet denn Unsichtbarkeit? Es gibt ja auch Unsichtbarkeitstränke. 10 Rubine sogar. Ey, das ist ja voll teuer. Okay, was mache ich jetzt? Was mache ich? Was ist hier unten? Oh, nice, nice. Noch mehr Loot. Gibt es auch noch was? Ich bin jetzt voll Lederrüstung. Das ist halt eigentlich richtig schlecht. Aber egal, besser als nix. Okay, passt auf. Ich habe 10 Rubine. Ich hole mir jetzt Unsichtbarkeitstrank. Warte, erstmal, wie komme ich denn wieder raus? Hier außenrum? Ey, wenn ich hier jetzt sterbe. Jump and run einfach. Jump and run, kick. Ist hier denn noch irgendwas cooles? Jetzt bin ich wieder hier. Da ist noch eine Kiste. Die habe ich glaube ich noch nicht. Perfekt. Hier ist auch noch eine Kiste. Wir machen jetzt einen spannenden. Wir looten erstmal. Aber ich hatte lange keiner gesehen. Vielleicht denken die jetzt auch, dass ich tot bin. Und gleich gehen wir unsichtbar wieder da hoch. Das ist ganz gut, glaube ich. Oh, Tops wurde auch wiederbelebt. Okay, passt auf. Unsichtbar. Es muss Gambo sein. Oh, ich höre schon. Ah, Gambo ist es. Das Ding ist halt, es ist Gambo garantiert und Ryan. Oh, verrät der mich auch? Also es müssten eigentlich nur die beiden sein. Gambo und Ryan? Nein, nein, nein. Der verrät mich. Ja, gerade den Logan auch tot. Was? Wie lange bin ich noch unsichtbar? 46 Sekunden, wo sind die? Ah. Das stimmt denn hier die ganze Zeit? Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich brauche Sachen. Ich habe gar nichts. Ich muss doch länger unsichtbar bleiben eigentlich. Ja, das Ding ist halt... Gambo ist auch hier. Wir müssen aufpassen. Wir müssen uns... Okay, wir müssen... Ich gehe mit. Ich gehe mit. Ich gehe mit und hole für ihn. Easy. Zack. Let's go, Gambo, let's go! Oh, ich bin wieder sichtbar. Das ist gar nicht gut. Oh, mir fehlen Rubine, Leute. Ich will wieder unsichtbar werden. Ich will hier nicht sichtbar rumlaufen. Oh, Herzinfarkt Gambo. Ich bin gerade am shoppen. Ey, das wird richtig schwierig. Ich habe einen Sniper. Alter, ey, ich habe gar nichts. Wirklich. Ich versuche gerade Items zu kriegen. Beide wurden wiederbelebt. Oh, die sind direkt hier. Oh, was ist das denn? Alter, geil! Änderperle. Was ist das? Ah, warte. Lebensritter. Soulcrystal habe ich da bekommen, oder was? Okay, wir holen uns nochmal Unsichtbarkeit. Und für den Soulcrystal... Mal gucken, was kann ich kaufen? Was ist das denn? Furry Chessplate. Attentäter. Heilige Klinge. Oh! Alter, das ist glaube ich eine Sniper oder so. Die hole ich mir. Passt auf, jetzt machen wir uns unsichtbar, gehen hoch und snipen Leute weg. Jetzt geht es richtig ab. Okay, schnell hoch. Was ist passiert für euch? Greta, wo bist du hin? Hier ist irgendwo Flo. Das ist für die Rache, für die Zweifel ohne Flo. Wo bist du? Flo, vielleicht bist du schwarze Schaf, Flo. Warte mal. Aber nein, ich vertraue, Flo. Das ist Flo. Nein, Flo ist es nicht. Nein, Flo ist es nicht. Wer ist es, wer ist es, wer ist es, wer ist es? Nee, nee, dreht an, dreht an, dreht an. Pass auf. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, weg hier, weg hier, weg hier. Ich habe auch was in der Hand. Das ist schlecht. Und Gambo? Nein! Ich haue den mit weg, ich helfe Gambo. Und... Oh nein. Nein, ich habe keine Muni mehr. Oh, Gambo ist gestorben. Nein. Oder war das Gambo hier? Ich loote ihn aber. Oh, da bin ich wieder sichtbar. 15 Sekunden, Leute. Ich muss das hier mal wegpacken. Ich hoffe, sein Sniper hat noch Muni. Und dann ganz schnell shoppen. Nochmal Unsichtbarkeit gekauft. Nice, Gambo wurde wiederbelebt. Zwei Sekunden noch unsichtbar. Ich mache mich instill wieder unsichtbar. Und dann shoppen wir nochmal ganz kurz weiter, Leute. Ey, ich bin wirklich wie ein Geist gerade, ne? Mich sieht die ganzen keiner. Zwei Crystals wieder. Ich hole mir die Chestplate und ich hole mir diese heilige Klinge. Oh, die hat zwei, glaube ich, gekostet. Egal. Dann erstmal die Chestplate, damit ich bessere Rüstung habe. 40 Sekunden noch unsichtbar. Oh, da hinten sind welche. Da hinten sind welche. Wen haben die gekillt? War das Gambo? Warte mal. Hallo? Was ist hier überhaupt los? Gambo? Hallo? Oh, 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 oh. Warte mal. Ich kann uns vielleicht heilen. Herbert? Warte mal. Warte, ich will irgendwas sagen. Tops ist es! Tops ist es! Nein! Ich bin es nicht! Nein! Danke! Wo ist Tops? Ich sehe ihn nicht! Okay, rein rein rein, komm mal rein. Komm mal mit hier! Wirklich hier, hier alle reißförmlich vorne hinten. Rein, rein rein rein! Ich kann dir das geben. Oh, nice, danke! Muss vielleicht mal gucken, was kaufe ich denn davon. Aber ich glaube, dass es Tops ist. Tops und Gambo oder so. Ernsthaft? Ja! Hast du immer die Kill schon? Ist ja gerade K-Wild, habe ich gar nicht gecheckt. Äh, ne! Du? Ähm, ja, ich habe einmal Lukas runtergeschubst mit meinem Super-Wüsten. Nice! Jetzt bin ich scharf, ich muss warten, bis ich wieder was shoppen kann. Rein, komm mal, warte mal. Ist hier ein Secret oder was? Lass mal hier rüber. Ja, ja, es gibt einen, warte mal. Ach, ist nicht ein Secret oder warte mal. Oh, ein Randomizer, den kannst du haben. Oh, Ultra-Giga-Tote! Jo, ich habe eine FN-Fahl! Nehme ich. Okay, was? Ja, ja, ja. Rein, komm mal mit, komm mal mit. Ey, ich habe dich verloren, bist du die Leiter hoch? Ich habe dich verloren, Flo, ich habe dich verloren. Ich bin hier oben, ich bin hier oben. Ey, ich bin auch oben. Geh mal aufs Luftschiff drauf mit der Perle. Hast du genug? Äh, ja, ich habe eine. Oh Gott, das treffe ich nie im Leben. Oh! Oh, oh, ich bin tot, glaube ich. Hat nicht geklappt, Flo! Okay, dann rennen wir einfach wieder schnell weg von Flo und wir gucken mal ganz kurz nach. Ich habe ja jetzt den Soul-Crystal-Shop, glaube ich, wieder hier. Das heißt, ich kann mir jetzt die heilige Klinge... Die darf ich nicht zeigen. Oh Gott. Die darf ich nicht zeigen. Ich glaube, die können Wolfe haben. Ich hoffe, Flo hat das nicht gesehen. Okay, ich habe noch meinen Lebensretter. Ich will die heilige Klinge jetzt dann irgendwie testen. Du bist unsichtbar! Hä? Ryan! Ich sehe dich nicht! Du bist du... Hallo! Ich sehe niemanden. Wo bist du? Das ist Ehrenboden. Oh, ich brauche Unsichtbarkeitsstrang. Ich bin unsichtbar! Ich bin einfach unsichtbar! Hier sind mehrere Leute. Hier sind mehrere Leute. Hier ist doch... Nein! Gambo, du bist es. Du hast auf mich geschaut. Oh, ich kann Unsichtbarkeitskaufen. Zack. Hä? Warum reden hier welche? Leute, ihr seid alle unsichtbar? Was ist hier los? Ah, wir waren kurz unsichtbar von dem Event. Okay, warte mal. Haben mich unsichtbar gemacht, Leute. Und jetzt testen wir die Klinge. Hallo? Wer ist hier unsichtbar? Oh mein Gott! Let's go! Let's go! Ich habe ja auch gerade Gambo irgendwo gesehen. Wo ist der? Alter, was kann man denn noch kaufen in diesem Soul-Crystal-Shop? Ist da noch irgendwas cooles? Wenn ich Leute kille, dann kriege ich ja für einen Totem. Holen wir uns. Ich bin auch wieder sichtbar. Ich muss wieder looten, Leute. Ich brauche mehr Loot. Gambo? Ja? Wo bist du? Ich bin in einem Haus hier. Ich bin in einem Haus drin. Ach, hier. Moin. Moin. Junge, ich bin komplett broke, ne? Ich habe auch gerade nicht mehr so viel. Warte hier, warte, warte. Ich kann hier, falls du gar keine Rüstung hast, das hier habe ich. Ich kann dir das geben. Danke, danke. Ähm, ja. Ich habe hier gerade was gehört. Ich brauche zwei Rubine noch, ey. Ich brauche eine MC oder sowas. Warte, ich habe hier, aber da habe ich keine Muni für. Ich weiß nicht, ob die günstig ist. Was kannst du die haben? Achso, ja. Die hatte ich eben bei Crystals gekauft. Ja, vielleicht gibt es Muni da vereinzelt, aber weiß ich nicht. Ja, muss ich gleich mal gucken. Jo. Oh, oh, oh. Da kommt's. Oh! Wir müssen equippen. Ich renne mal ganz kurz weg. Ich muss mich equippen, Leute. Ich brauche noch zwei Rubine wieder, dann kann ich mich wieder unsichtbar machen. Das wäre halt so nice, unsichtbar zu sein. Der ist so strong, wird sich hierhin gepölt. Keine Ahnung. Ryan! Flo! Welcome a bit. Okay, irgendwie soll ich speedwerfen. Was gibt's, Flo? Was gibt's? Komm nicht runter, Ryan. Okay. Ist hier jemand hier, oder? Ich glaube nicht. Ist hier gerade zumindest kein... Geheimnis, geheimnis. Geheimnis. Okay. Uh. Oh, warte. Warte, wo war der Knopf da? Zack. Yo. Nein, ich habe es nicht reingeschafft. Warte, 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 warte. Nein! Ich bin in der... Oh Gott, ich bin im Block. Ich sterbe. Moin. Ähm. Was machst du hier? Ähm. Alles gut. Ich gehe wieder weg. Tschüss. Hoffe ich doch. Hey, jetzt war... Warte, wo war das Secret jetzt? Ich habe es verloren. Erst mal kaufen wir uns jetzt nochmal Unsichtbarkeit. So. Warte, wo war denn das Secret jetzt? Jetzt bin ich hier gerade ein bisschen lost gewesen. Äh, ich bin ganz sicher. Tschüss. Was machst du hier? Ich werde nicht beobachtet. Hä? Ich bin... Alter, hier ist eine Kiste. Wenn jetzt Tridan kommt und mich runter kickt, dann weine ich. Zack, 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 zack. Uh. Ich habe das gehört, schnell weg. Was ist das? Chaos-Trank? Sie attackiert mich! Ich habe mich attackiert. Kann das gut sein? Was soll ich das machen? Okay. Dann gehen wir wieder... Hä? Wir gehen hier wieder raus, Leute. Ich mache mich unsichtbar. Unsichtbar und raus hier. Ist Tridan noch hier oben oder ist sie gestorben? Mann, ich hätte gerne das Secret gesehen von Flo. Ich war es einfach nicht durch die Tür geschafft. Das war schwieriger als gedacht, Leute. Uh, da hinten sind ganz viele. Warte, ich bin noch 44 Sekunden unsichtbar. Ich kann heimlich wem wegklatschen. Pass auf. Ich schmeiß eine Bombe. Nein, nein, nein. Das kann gar nicht sein. Da muss Top sein. Da muss Top sein. Es ist... Einer von den beiden. Hallo? Hey, Topskratt mich an! Gebt mir meinen Block! Ich bin meiner... Alter. Lebensretter hat mich gerettet gerade. Junge, fast gestorben. Woah. Wieso war ich denn wieder sichtbar auf einmal, Leute? Hat die Bombe mich sichtbar gemacht? Das war knapp. Das war viel zu knapp. Okay, was kosten Lebensretter? 35. Oh, ist das teuer. Ich habe nur... Oh, was ist jetzt los? Ich dreh mich. Mich dreht's. Oh, ich muss irgendwie... Ich habe noch einen Totem. Das ist natürlich ganz gut. Aber ich muss eigentlich noch an so einen Lebensretter kommen. Warte, wir haben noch Randomizer. Plus 30 Gold. Stark. Und... Plus 10 Emeralds und plus 30 Sekunden. Richtig gut. Dann können wir noch mehr Emeralds kaufen. Jetzt fehlen nur noch 14 Stück. Ich hoffe, Gamo und ich gewinnen das. Das wäre richtig krass. Wolf sein macht ja so viel Spaß. Das ist unglaublich, ey. Okay, wir gehen wieder hier unten hin. Ich glaube, die Chests wurden irgendwann gerefilled. Und hier kommt eigentlich keiner hin. Das heißt, wir können uns ganz entspannt kurz equippen. Hä? Das heißt, das bringt mir hier alles gar nichts. Ey, dass noch nicht jeder geschickt hat, dass Gambo und ich es sind, ist so krass. Wir haben am Anfang einfach viel zu offensichtlich gekillt. Oh, perfekt. 40 Emeralds und dann... Junge, Gambo, Herzinfarkt. Hey, die Kartoffel! Gambo, das kannst du nicht machen! Ich muss gucken, dass ich schnell wen anders finde. Heißt, das Kartoffel-Event läuft gerade noch. Und ich hab's wieder... Was ich hier gehört, Leute. Gib der die mir einfach. Ich bin sein Teammate. Nein, hier ist nix. Ist wohl jemand, die explodiert gleich in mir die Kartoffel. Ja, okay, das war's. Oh nein. Oh nein. Ach, Mann. Okay. Immerhin hab ich gerade wieder Rubine bekommen. Ich sterb halt nicht davon, aber ich hab halt ein Heil bis jetzt. Warte, kann man nicht auch Goldäpfel kaufen oder so? Nee, geht nicht, ne? Eigentlich dachte ich, das geht. Aber wir können uns wieder Unsichtbarkeit holen. Oh, der hat Angst vor mir. Der weiß das nicht, ich bin. Unsichtbar machen? Nee, ich glaub, nee. Also, ich glaub, es ist... Oh. Ey, was war das denn? Hat der... Nee, der hat gar keinen Loot. War der AFK? Was ist denn jetzt passiert? Oh, das hätte ich mir holen müssen. Glückshänder. Dann kriegt man mehr Loot. Da bräuchte ich noch ein Soul-Crystal für. Oh, mein Lebensretter ist weg, sehe ich gerade, ne? Wahrscheinlich war ich voll low durch die heiße Kartoffel. Oh, mein Gott. Was ist jetzt hier los? Ah, was? Hä, wo kommen... Wo kommen die ganzen Creeper her? Ist hier unten noch Loot? Ich brauche einen Lebensretter unbedingt wieder. Was haben wir hier? Oh, Geheingang. Hey, Leute. Ich kann nicht mehr springen gerade. Hey, guck mal. Ja, ich hab Levitation, warum auch immer. Aber irgendwie auch nicht. Was ist das? Oh, mein Gott. Jetzt geht's wieder. Das war ja ganz weird hier. Und OP-Loot. Let's go. Was ist das Immunisierer? Halte dich von den Effekten der Wolf-Items. Ist ja gut, ich bin Wolf. Also, bringt mir jetzt nicht unbedingt so viel. Aber, was mir das Ganze bringt, ist, genug Emeralds für noch einen Lebensretter. Bam. Wo unten ein Unsichtbarkeitstrank. Und dann würde ich sagen, raus hier. Wo ist der Knopf? Da. Zack. Und dann Unsichtbarkeitstrank. Enderperlen, drei Stück habe ich noch. Oh, das war direkt hier. Was? Oh mein Gott, die Errüstung. Flo! Er schreibt wieder. Ryan. Warte, warte, warte. Flo! Ey! Nein, 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 nein! Hör auf! Hör auf! Nein, nein, nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Okay, ich glaube Flo weiß inzwischen auch, dass ich es bin. Ich brauche eigentlich irgendeine Schusswaffe. Oh, warte mal. Die sind da hinten. Ich bin noch unsichtbar, Leute. Ich gehe da jetzt hin. Wie lange bin ich noch unsichtbar? Zehn Sekunden. Let's go. Ich kill Trida. Hier! Ich mache es! Ich mache es! Ich mache es! Ich bin trotzdem gestorben. Was? Ich hatte Lebensretter und einen Totem. Als ob ich trotzdem gestorben bin. Warum? Aber ich habe Trida bekommen, glaube ich. Der wollte, glaube ich, gerade so ein Bazooka-Ding oder so machen. Oder ist das eigentlich auch so, als ob der mit einem Lebensretter weggekommen ist? Ich weiß es nicht. Oh nein, wir haben nur noch eine Minute. Aber Gambo lebt, glaube ich, noch. Wo ist der? Der ist ja auch down. Das war's auf jeden Fall mit der heutigen Folge von Minecraft Wolf. Einfach ultra nice als Wolf das Ganze mal zu spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne liken und abonnieren für mehr Minecraft-Wolf-Content. Und auf Wiedersehen!